Oh Gott, Alter! Ey, nein, Leute! Das geht nicht! Ich kann das Intro nicht anfangen! Ey, ihr wollt mich doch verarschen, Alter! Ja! Was geht ab, Freunde? Euer Uni hier! Und herzlich willkommen zum ersten Outlast Let's Play mit Headset! Ey, nein, 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 nein! Okay, okay, das Intro mache ich jetzt mal ohne Headset, Alter! Das geht ja mal ganz und gar nicht! Ich schwöre es euch! Ey, das ist eine andere Welt mit Headset, Alter! Leute! Was tut ihr mir da an, ey? Ich weiß, Leute, die Abstimmung die ist so verlaufen, dass FIFA auf Platz 1 gelandet ist Outlast Platz 2, Prison Break Platz 3 Aber, ich habe euch ja gesagt, die Abstimmung gilt nur bis letzten Abends Und FIFA, aus irgendeinem Grund hat FIFA gestern Abend Outlast noch überholt. Ich weiß nicht warum, Leute, aber ich persönlich habe ehrlich gesagt mehr Bock auf Outlast denn wir hatten lange Zeit kein Horrorspiel mehr auf diesem Kanal und ich hoffe, die Leute, die FIFA sehen wollen die verstehen das auch teilweise Viele meinten auch Ne, warum bringst du nicht das FIFA Video beziehungsweise die FIFA Serie auf viel FIFA Weil ich finde, Leute, eine Spielerkarriere eine Serie damit ist ja, ist nicht so das Niveau, was auf viel FIFA kommt Ich finde, auf viel FIFA sind halt wirklich nur so diese diese komplizierten Serien wie Komma Runter Peter und sowas wie Pack Openings Das gehört auch viel FIFA Aber so Spielerkarriere und sowas finde ich, kann man ruhig auf den Zweitkanal machen Damals hat Stefan ja auch Karrieremodus angefangen und der kam auch nicht so gut an bei euch Deshalb finde ich, sowas gehört auf den Zweitkanal Das ist nicht schlimm, Leute Aber ich habe erstmal mir überlegt als erstes, wenn wir mit Outlast anfangen denn wir hatten lange Zeit kein Horrorspiel mehr auf dem Kanal und ich kann mich wirklich null an dieses Spiel erinnern, Alter Also, die ganzen Jumpscares und sowas Ich habe einfach keinen Bock Vor allem, ihr kleinen Pisser mit Headset Mit Headset Ey, warte mal Oh Gott Wenn ich das drauf tue Ich höre meine Stimme nicht mehr Ich höre nur das Spiel Und das wird mich einfach ficken Ich werde, ey Das Spiel wird meine Psyche kaputt machen Glaubt mir, Alter Das wird zu heftig werden, Leute Ja Lasst schon mal einen Daumen nach oben da Wenn ihr euch darauf freut Heute kommt das Video, glaube ich nach dem Champions League Finale online Ich habe es vor 2 Jahren schon Let's Played, wie gesagt, Leute Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern Deshalb ist das hier jetzt 2.0 Wir starten nochmal mit diesem Spiel, Leute Ein Horrorspiel hat gefehlt Und jetzt geht es los mit Outlast Wir drücken drauf Ach du Scheiße Neues Spiel, ey Sehen wir fortfahren Neues Spiel Und es gibt auch noch einen zweiten Teil Whistleblower Wir starten mit dem ersten Teil Mit dem ganz normalen Okay, Leute Dann setzt nochmal das Headset auf Und wünscht mir Glück Oh mein Gott, Alter Ja Egal, Leute Hört mal diese Musik einfach Einfach diese Musik Oh Gott Egal, Leute Neues Spiel Los geht's Widersprecher des Landwirtschafts Salat Salud Farmen Und Vizestand zu einem Seminar Am kommenden Wochenende In der Boiler Avenue in Pueblo ein Und wenn sie heute Nacht noch unterwegs sind Können sie nahe Silverturn und Lettwill Vielleicht noch ein paar tiefliegende Hubschrauber sehen Anscheinend sprüht der Arafo Parkdienst gegen einen Schädlingsbefall Die Hubschrauber Ehh 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 Hört mir auf, ey. Ei. Leute, 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 Alter. Was tue ich mir da für fickte Scheiße an? Ah! Junge, wenn ich schon die Kamera bewege, raste ich aus. Oh Gott, Alter. Da haben wir doch schon mal was. Sie kennen mich nicht. Muss nicht kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaub mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. In Doktorin farseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffet Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ja, und jetzt leckt meinen Pimmel. Ey, das kann ich nicht bringen, Alter. Nein, Mann. Ich höre mich selber nicht. Ey, man hört so viele Geräusche mehr. Ey, schon allein, wenn der die Kamera aufmacht. Ei, 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 ei. Ah! Hör auf zu zoomen, Mann. Es ist noch nichts passiert. Ja. Der berühmte Nachtsichtmodus aus Outlast. Der berühmte Nachtsichtmodus aus Outlast. Ei, ei, ei. Bitte nicht. Leute, bitte nicht. Tut mir das nicht an. Okay. Deine Ziele werden in deinem Notizblock aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente. Okay. Notizen haben wir keine. Oh mein Gott, ey. Hört mal diesen Sound. Oh mein Gott, Alter. Ey, Leute. Ich spiele das gerade selber. Virtual Reality, Alter. Virtual Reality. Deine Mutter, die bricht heute sein Knie. Und es geht los mit Outlast. Ich bin schon wieder psychisch drauf. Brücke vierkonditier. Halte, um meine Tür langsam zu öffnen. Uh! Camcorder bereit zu machen. Ich weiß auch nicht, wie laut ich rede, Leute. Kann sein, dass ich zu laut rede. Oh mein Gott. Ah! Hört mal diesen Wind, Alter. Brücke links, um ihn zu lesen. Was für eine Notiz. Oh Gott. Mir wird schon schlecht, wenn ich diesen Ort anschaue. Die Nerveninhaltsstadt. Die 1771 zum Zuge eines Skandals unter Geheimhalt und der Regierungs. Und 2000 schön unter dem Deckmantel einer Wohnfahrung. Das Mobilfunknetz brach ab, brucht eine Meile vorher ab. Aber Freunde, kurz gefasst. Hier fahren seltsame Dinge vor. Ich hatte 40.000 Abonnenten, wo ich dieses Spiel Let's Played habe. Also noch nicht viele. Und jetzt geht's nochmal von vorn los mit Headset, Alter. Leckt meinen Pimmel. In 60 FPS. Flüssig in 60 FPS, Mann. Halte. LB gedrückt, um zu rennen. Okay, mit LB rennen wir. Ey, Leute. Ich höre. Ich höre Sounds. Die habe ich vorher noch nie gehört. Das weiß ich. Ich höre irgendwelche Stimmen die ganze Zeit. Ey, da ist ein Loch in der Dingscheiße. Da müsst ihr bestimmt durch. Ey, Leute, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich höre von links in so einen Sturm, Mann. Oh Gott, Alter. Ey, das war noch nichts. Ey, Leute. Man müsste mir das wirklich antun, Alter. Soll ich nicht doch lieber FIFA machen? Oh Gott, Alter. Und nicht wieder aufrichten. Ey, ich sitze vor meinem 55-Zoll-Fernseher. Und nicht auf einem verfickten Bildschirm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Wir zoomen mal ins Fenster rein. Sehen wir da etwas? Nee. Oh Gott, das ist zu krank mit diesem Camcorder. Das ist wirklich zu krank, Alter. Guck mal, da ist ein Fenster. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ey, was drücke ich da die ganze Zeit? Oh nein, Alter. Das ist viel zu laut eingestellt. Ich werde mich so erschrecken. LB rennen wir. Also heute erst mal nur zum Erkundschaften, ey. Da hinten sehe ich schon mal eine Leiter. Oh Gott, da oben ist ein verficktes Fenster, ey. Ich erinnere mich an nichts. Kannst du mit hin und rein zoomen? Ja, das ist mir gerade schon aufgefallen. Oh Gott, Alter. Bitte nicht, ey. Es ist gerade noch ein bisschen leise. Ich höre immer noch meine eigene Stimme. Aber gleich wird irgendwas passieren, Mann. Irgendwas in diesem Verfickten. Aus! Oh mein Gott. Hört mal diesen Sound, ey. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ey, wie vor zwei Jahren. Deja vu. Rückblick. Rückblick. Fick. Fick die Hände. Fick die Hände, Alter. Holy shit. And this is the right ending of Ernie. With headset Dolby surround. WWE Smackdown vs. Raw. Oh my goodness. Wir gehen ins Ausrein, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Nein, 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 nein. Ein 80 Gerät, der eine Batterie verbraucht. Setze es überlegt ein. Ey, setze es überlegt ein. Ey, Mann, Leute. Das geht nicht, Mann. Ich schwöre es euch. Ich kriege psychische Anfälle, Mann. Mir kommen Tränen aus dem Auge. Es geht nicht. Nein. Es geht nicht. Nein. Niemals. Niemals werde ich das Let's Playen. Fick das Ei, Mann. Ich kann das nicht spielen. Ich kann es nicht spielen. Tut mir leid, Leute. Ich schwöre es euch. Es tut mir leid. Ey, ich überlege gerade ernsthaft abzubrechen, Mann. Ey, mein Herz ist so am Pochern. Ey, das ist nicht mehr normal, Mann. Ey, das Spiel ist krank. Erstmal eine kurze Atempause, okay? Es ist noch nichts passiert. Komm runter. Komm, verfickt nochmal runter. Und ihr sagt, mach erste Folge Night Let's Play. Hier, Night Let's Play. Mein Vater kommt mit Gürteln und zerfickt mich. Okay. Okay, wir machen weiter. Komm. Oh, dieser Soundeffekt. Da ist schon mal eine Türe. Okay. Halte gedrückt, um die Türe zu öffnen. Wie mache ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Hier brauchen wir keine scheiß Nachtsichtgeräte. Hier brauchen wir es nicht, Leute. Ja. Ey, jetzt geht der Fernseher an. Ich drehe durch. Ich drehe durch, Alter. Ey, Mann, 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 Mann. Genießt einfach die Atmosphäre. Und haltet die Schnauze. Haltet, verfickt nochmal die Schnauze. Bewegt dich in Richtung der engen Stelle. Ja, eng ist immer gut. Eng ist immer gut. Hier ist überall Blut. Und eng ist immer gut. So gut genug. Oh mein Gott, die Tür geht zu. Coca-Cola. 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 Weg hier, Mann. Oh mein Gott, da ist jemand. Da war doch gerade jemand, Alter. Ich habe irgendwas gehört im Headset. Ey, ey, ey. Oder bin ich das selber? Oh mein Gott. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Aber irgendwas, da ist was. Da ist jemand. Oh mein Gott. Wir sind in einer Irrenanstalt. In einer Irrenanstalt. Verdammte Scheiße, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Ey, man hört das Atmen von dem Typ. Man hört den Atmen. Hört man das? Oh Gott. Nein, Alter. Nie wieder. Baba, ich schwöre. Nie wieder. Nie wieder. Zwischen Coca und Unterhalt. Nie wieder. Baba, ich schwöre. Nie wieder. Oh mein Gott, Alter. Leute, ey. Wollange geht es? Da ist eine Türe. Ey, Mann. Ich muss mich beruhigen. Ey, das ist krass. Ich schwöre es euch. Das ist schon schlimm ohne Headset. Aber spielt mal selber ein Horrorspiel mit Headset. Ich höre gerade links so ein... Das ist echt super, Mann. Oh Gott. Warum erinnere ich mich einfach an nichts mehr, Alter? Das fuckt mich so ab. An dieses Haus hier erinnere ich mich doch so. Von der Optik her. Aber ich weiß nicht, was passieren wird, Alter. Oh Gott. Wir gehen jetzt einfach mal durch, ey. Zum Öffnen vier Ecke, halte vier X gedrückt. Alles klar, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Nein, Mann, Alter. Verfickt. Lass die Musik mal pausieren, ey. 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 Wisst ihr, wie laut das gerade war? Ich habe gedacht, ich habe es laut eingestellt. Ey, guck mal, wie ich am zittern bin. Guck mal bitte in die Kamera. Ey. 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 Du musst die Kettel fangen. Ja, halt deine Fresse. Super, ich hör den jetzt von links reden, Alter. Das Ärzte des Dolmets Surround. Unsere Batterie ist schon fast leer. Oh Gott, mach die Tür. Oh nein, Alter, das ist zu krank, dieses Spiel. Schick mir den Mäuschen, die Arme nach euch. Oh, 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 oh. Hört mal die Musik. Bitte hört die Musik und guckt euch im Schatten eine Wand an. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, ey. Fick die Hände. Fick die Hände, Alter. Oh nein, Alter. Wo geht es hier rein? Da ist eine Batterie, oder? Ja Mann, Batterie haben wir gefunden. Batterien. Unsere Batterie ist schon fast leer. Im Dreieck können wir sie auffüllen. Oh nein, oh nein, Alter. Oh shit, da geht es nicht weiter. Ich werde die Let's Plays maximal 15-20 Minuten halten. Maximal. Weil länger macht mein Herz da nicht mit, Leute. Ich schwöre es euch. Ich kann es nicht länger halten. Nee, nee, nee. Auf keinen Fall, Alter. Ey, ich kann den Controller nicht festhalten, ey. Ey, Leute. Vergewaltigt den Like-Button, wenn ihr die Serie sehen wollt. Weil ich bin wirklich davor, abzubrechen. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Das geht mir so auf die Psyche, Alter. Ich habe Halluzinationen die Nacht. Ich werde es schon sehen. Komm, irgendwas wird mich verfolgen und so ein Scheiß, ey. Eieieiei, da müssen wir wahrscheinlich durch, Alter. LITTLE FÜ- Ist das was von rechts, Alter? Oh mein Gott, Alter. Ey. Ey. Ich habe den so von rechts gehört. Ich habe den so gehört, Mann. Ich habe den so gehört, ey. Ich habe irgendeine Stimme aus dem rechten Ohr gehört. Und wer bist du dann? Ich... Ich sehe... Merziger Gott, du hast mich in den Apostel gelegt. Schau dir dein Leben, Alter. Du hast eine Beziehung. Nee. Ey, wie ich den gerade von rechts gehört habe, als ob der hinter mir steht. Als ob der hinter mir stand, Alter. Mit Fernseher wäre das nie im Leben so gewesen, ey. Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Schwanz werde ich öffnen. Schwanz werde ich öffnen. Leute. Für die erste Folge sollte das reichen, Alter. Wir machen dann genau hier weiter. Weil hier sieht es wieder so aus, als ob es hier tausend mögliche Wege gibt. Aber ich finde, das ist zu krank. Wenn man so zoomt, Alter. Und da hinten ist dann etwas, was dich überraschen wird. Was dich töten wird. In diesem Raum. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Das ist zu krank, Alter. Das ist zu krank. Guckt euch mal diesen Kopf an, Alter Schwede, ey. Was ist hier passiert? Pünze, 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 pünze. Ne, Leute. Ja. Es tut mir leid. Die Folge ging jetzt zwar nur 15 Minuten, aber ey, ich kann nicht länger spielen gerade, Alter. Ich schwöre es euch. Ey, da waren gerade zwei oder drei Jumpscares. Ich habe mich so erschrocken, Mann. Ey, Leute. Ich bin so unter den Armen am schwitzen. Kann man das sehen? Ne, ich glaube nicht. Aber ey, ich bin so am schwitzen. Vergewaltigt den Lightbutton, Leute. Wenn ihr sehen wollt, dass ich das Let's Play weiterhin mache. 15.000 Likes, Alter. Leute. Ansonsten werde ich das nicht machen, Alter. Ansonsten werde ich das echt nicht machen, ey. Es geht nicht, Mann. Es geht. Ey, das ist krank, Mann, ey. Ey, ich nehme jetzt diese Scheiße, ey. Oh mein Gott. Wie laut habe ich gerade geredet. Ey, meine Eltern werden das gehört haben. Ich kann mir gleich wieder was erinnern. Wer mir auf Snapchat folgt, der wird sehen, wie meine Mutter ausgerastet ist, als sie erfahren hat, als sie in die Kehrtich kaputt gemacht hat. Leute. Das war's jetzt. Das Video kommt jetzt nach dem Champions League Finale. Schön spät am Abend. Und ihr könnt mir alle mal Eier nehmen. Ja. Macht's gut, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weiterhin Outlast sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. 15.000 Likes. FIFA wird, wenn dann, nach Outlast kommen. Aber nicht jetzt. Oder vielleicht doch. Vielleicht, wenn wir es tauschen mit Outlast. Ich weiß es nicht. Oder wir bringen Outlast gar nicht. Das entscheidet ihr, Leute. Ey, ich bin noch nie, ich war lange nicht mehr so am Herzrasen. Das letzte Mal bei Until Dawn. Halbwegs. Until Dawn ist ja noch nicht ansatzweise zu vergleichen mit diesem Spiel. Deshalb macht's gut, Leute. Haut rein und schau. Verdammte Scheiße, ey. Verdammte Scheiße, ey. Bei mir. idi und schau. L öğren. Ja. Und das ist wahr.